Was ist das? Ich bin so hässlich. Ja, ich bin einfach nicht... Ja, was ist das? Guck dir das mal an hier. Ich kann auch so ein bisschen hier so ein bisschen nach hinten drauf, ein bisschen so. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Hallo da. Moin Freunde, was geht ab? Es ist Weihnachtezeit. Der erste Dezember-Lied an. Und? Und? Unser Gewinnspiel. Genau. Und zwar könnt ihr, wenn ihr... Was können wir denn gewinnen? Marvin, als Putzer. Genau. Nackt. Gerne. Und was? Ihr könnt ein Hoodie gewinnen. Und zwar... Einen Hallona... Ein Hashtag Hallona Hoodie. Also, jetzt... Ja, hier ist auch die Kapuze. Alter, guck ihn dir an. Keine 540 Gramm oder 580? Nein, 584. Nein. Also, ihr könnt ein Hashtag Hallona Hoodie von uns gewinnen. Egal welche Größe, egal welche Farbe. Ob ihr das hier in einer anderen Farbe haben möchtet. Ob der allgemein in einer anderen Farbe sein soll. Alles möglich. Pink. Alles möglich. Mit Neon, Grün. Alles möglich. Wenn ihr das wollt, kriegt ihr das. Alles ist möglich. Und wisst ihr, was ihr dafür machen müsst? Ganz einfache Geschichte. Ich pack den jetzt mal weg. Pack den mal ins Lager. Ins Lager? Da muss ich hinten durch unsere Tür. Durch... Ganz einfach. Im Video. Die nächsten 24 Tage. Nee, bis zum 23. Bis zum 23. Sorry. Am 24. Bis Heiligabend. Da machen wir keine Ausstellung. Da haben wir auch was vor. Geil. Wir haben auch ein Privatleben. Auf jeden Fall wird in jedem Video ein Buchstabe vorkommen. Genau. Als Beispiel seht ihr jetzt hier irgendwo hier genau jetzt ein Komma. Guck mal, wir machen so. Hier wird das Komma sein. Da ist ein Komma. Das zählt auch schon dazu. Genau. Wenn es ist nämlich ein Lösungssatz. Deswegen ein Komma. Aber Leute, die uns verfolgen, können es da raten. Definitiv. Und alle anderen bist du das Video? Schaut die Videos. Genau. Schaut einfach jedes Video. Vielleicht wäre der... Ihr seht das jetzt. Pech. Vielleicht ist er da oben. Genau. Oder hier oben. Da oben. Oder in der Mitte. Oder irgendwo wird dieser Buchstabe sein. Wenn wir mal den Mund aufmachen. Den ihr für den Lösungssatz braucht. So. Und wenn ihr das dann habt. Dann schickt uns doch bitte bei Instagram oder bei Discord eine Privatnachricht mit dem Lösungssatz. das. Und dann seid ihr automatisch im Blutsoft mit dabei. Und am Ende des Jahres der letzte Livestream, den wir dieses Jahr dann irgendwann machen werden. Da wird die Verlosung sein. Und da wird dann herauskommen, wer dieses schöne, schöne Ding gewinnen kann. Also, fleißig Videos gucken. Fleißig den Lösungssatz aufschreiben. Und dabei sagen. What? Ich weiß nicht. Ich bin hässig mit dieser Wütze. Aber es ist meiner. Sein glücklich. Wir sind jetzt live. Genau. Also, ab heute geht's los mit den Komma. Morgen kommt die erste Buchstabe. Hallo Harry. Lass ihr wehen. Tschüss.